Habe ich noch nie gegessen. Oh, Bowser-Stern. Hätte ich nicht so eine Zahl. So, wie leid das wieder trank? Bowser-Maske. Das ändert die Stern-Position. Okay. Ja. Great, isn't it? Telekauf! Was ist das? Was ist... Was ist... Achso. Das ist also toddy. Er hat es eigentlich schon fast gedacht. Ich gönne mir einen Filz. Für später. Ja, außer da kommt gleich jemand mit der Truhe. Nein. Kann man Opfer vor mir stehen? Oh. Okay, Battle-Game. Yo. Aber wenn mal... Zero... Wenn der Zero steht, dann sagt er nur, fuck it, okay, tschüss. Dann spielt man eigentlich um nichts. Nee, dann spielt man gar nicht. Denkt er sich so scheiß drauf. Trögerische... Oh Gott. Toad, Buhu und Kuba betreten das Schloss. Merke es jedoch, welche Tür jeder eintritt und antwortet er als schnellster. A, B und Z. Ja. Ey, wir haben Lack, das ist mega fies. Ja. Ich weiß doch nicht mal wer. Ey, fuck! Du hast... Oh, das Maut auf Glück, ey. Der Spiel ist krass eigentlich. Stressig. Ey. Ey, was soll das? Ey, willst du Beef? Ich muss dich fertig. Irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, als könnte ich oder du den Minish-Spiel-Stern haben. Ja, ich bin bei Null-Münzen, ne? Du hast bis jetzt, glaube ich, die meisten in die Spiele gewonnen. Ey, geil. Das ist geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja. Das gefällt mir. Requisiten. Oh. Rearten. Oh. Oh Mann. Alle gegen mich. Okay, was muss ich machen? Du musst nur... ...erraten, wo wir uns verstecken. Okay. Ein Stück aussuchen. What the heck? Ähm. Ja. Äh, hier? Keine Ahnung. Könnt ihr euch hinter den Vorhang auch noch bewegen? Na, ich weiß. Ja, ich glaube ein bisschen. Aber ja. Äh, ich komme einfach beim Stein. Hatte ich jetzt dich? Und Expandöse. Der ist noch zum Haus gerannt. Jetzt habe ich's gesehen. Er macht sich die Krawatte. Donkey Kong ist geil. Ist ganz so deppisch. Ja, er macht sich auch die Krawatte. Er denkt sich einfach so. Oh, oh. Hey. Ah. Ah. Das ist doch nochmal was. Björnserad! Bin ich gut? Ich weiß. Bin zu gut. Okay, what ähm, can I get? Oh, Magie, Magical Land. ja fast aber ich glaube ich zu dir irgendwo schon ein bisschen was so weit sind wir gar ich mal voneinander entfernt ich will zu dir kannst du dir aussuchen zu wem du gehst nein ich will mal katze sehen ich will nicht aufs eis weil daher kommst du noch drauf deshalb ich komme ja nicht auf dem game geil deshalb guck mal ich weiß nicht wer hat das mit dem münzen stillen hier ist deshalb ich stehle mal von vario nein zufällig auswahl kann er überhaupt zu euch gehen wie ihr alle nix habt und ich alles aber das ist das auch was alle münzen des brets gehen einfach an bowser jetzt ist es voll der gute schnappschuss ich alles ab und ihr alle nichts und vari und donkey kong rennen jetzt nur noch im kreis wieder hoffen dass sie über münzen haben bei einem mit weile erst mit wem im team drücke den knopf der auf jeden holz abgebildet ist und spalte möglichst viele holzscheiter schwingt das bei schwingt das bei platzieren hat jeder immer eine andere aufgabe also nein quatsch quatsch alter ok ich kann das nicht so gut wir ganz ehrlich also die vario brothers sind echt gut im rennen scheiße aber aber nicht das prinzessinnen tag scheißdreck er hat abgeräumt wenn man da einen kommen hat dann kann man abgehen ja weil der hacker der weiß der sieht einfach vorher noch was da was welchen knopf man muss also hat man da einen der bringer ist ja dann hat man das dann ist das hart und der wechselst der position es wird dem millennium stern aber nicht sehr gut gefallen was willst du das schaut jetzt so episch aus die animation künste fungos pokus my way my way was niemand wird ihn hier reichen sagte der typ wie heißt er überhaupt wir brauchen einen namen für den sandro ok das ist der schnittl du bist auf dem bau so muss ein bau so willst du bau so ich kann nur bau so das war's bau so facket wenn du was revolutionen wenn die geschenkt wieder sind alle müssen weg niemand kommt aus der pötze hier er hat eigentlich einen Münster was gibt es überhaupt für bonussterne sind die wechselhaften oder gibt es immer noch drei ich glaube ich sehe noch immer die gleichen ok es ist mir ok ich habe genug ich habe genug guck guckt einfach irgendwie gurken wir alle hier einfach nur rum und machen nichts besonderes ja weil irgendwie wenn das jetzt bei mario party drei gang und gäbe wird dann dann guckt euch lieber zwei an Toad wieder in der stempel vom Welt oh nein umkreise ihn mit einem zauberstift damit er sich zurück verwandelt einfach umkreisen ok das ist schwerer als ich dachte ja vor allem wenn der komm nicht kooperiert komperiert kom operiert komponiert ok war mal den haben wir endlich hey hallo hallo mario yes nein ja komm on den hätten wir fast um einen ah wenn du bist wie ein gesicht dein gesicht ist irgendwie unbezauber ja bist du ne ich meine ich bin vanuiti was willst du hm hm tauschladen tauschrasch ja auf jeden fall waluigi waluigi fuck ich dachte dir fällt es nicht auf ein bisschen chaos muss sein ok ok und 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 dammit ja dammit damit hast du dir grad mehr ans bein geschossen als als andere egal du warst auf ok du warst nämlich eigentlich aufm guten weg egal du hast die risk ja kann mal irgendjemand da bitte failen ich will das mal sehen ganz ehrlich ich will das mal sehen nein fuck ich hab die bank ja vollkommen vergessen tja was soll ich dann eigentlich noch groß machen ich hätte es den giftpilz nehmen können oh ja hast recht hm ich will noch drüber überlegen sollen wir mal das eis zum einbrech bringen ich bin nicht aufm eis ja färb mir ist auch wieder ein dann geh ich dann hole ich mir items von toddy man merkt dass es spät ist Baseballbolzen oh gott wenn du dein item kriegst dann viel glück hm was will ich denn wie geht das spiel wie gehst du mal bitte nix machen das musst du ich ich kann das ja nicht ich hab den c-stick nicht einfach mit a hitten was auch immer einfach mit a den schläger schwingen ok und don't suck muss ich irgendwie ne richtung bestimmen nein du kannst nur hitten mit delay mit delay mit delay das ist echt das allerbeste oh wenn man gibt es immer mehrere item spieler ja und nicht nur eins pro board ja das hat uns doch ziemlich gelangweilt in den vorherigen teilen ja game nein oh schade ja jetzt gleich bricht das eis ein gleich bricht das eis ein jo warte mal könnte ich dich eventuell zwingen zum game äh game guy eventuell zu gehen ja wenn du ne ich bin ja vor dir ach ja ja zerbricht die blöcke und findet den pilz rempelt deine gegner aus dem rennen ok ja also findet den pilz und kill alle damit ja so sieht es aus oh shit ex brennt wie lange geht das ja der hat das einmal gewusst das ist glück der ist explodiert ja da also expansion reloaded ja mein gesicht also die revolution ist gekommen ja warte mal dokey con got die pausermaske ah er will mich er will mich juhu got me was wie dumm ist der affe bitte der hätte mich abziehen können wie dumm oder der dachte einfach nur ja ich komme aufs eis wie dumm ist der affe bitte ich hab doch keinen warte mal wenn sobald ich ein fuß aufs eis setze ist hin oder was ist los ich glaube am ende des zugs aber sonst könnte ich irgendwann mal die pausermaske hinwerfen ey ich werfe werfe einfach mal okay ich hätte es zur warre gekommen sogar aber man weiß ja nicht mit dem glücksaspekt hier oder es bricht nicht scheiße warte mal wie billig da ist überhaupt noch weg ich glaube ich wäre da in so einer schleife gewesen dass ich da nicht hätte weg können oder ja oh okay oh oh das ist ein glückstag denn du bekommst so viel dass du tragen kannst äh du hellhandschuhe du hellhandschuhe links euch bewegen ich habe eine baumstämme den sie legen dich kurz haben und du kannst keine Münze sammeln ich war die scheue expandöse führt uns mit steufe also einfach nur bewegen aus dem weg nein nein Mario ja lasst mich hier mal weg Münzsack Münzsack got that cheered nein seine hitbox ist zu expandiert ja auch Münzsack, Münzsack, Leute, Leute, Leute fuck expand kooperiert nicht ja expand das war jetzt echter schwanz achso wir arbeiten zusammen wir haben ein gemeinsames Münzkonto wir haben es nicht checkt